Hallo, ich bin Mali. Ich freue mich, dass du da bist und Interesse hast an meinem Kurs, mein inneres kreative Feuer. Und da kommt schon die Frage, brennt dein Feuer noch, dein kreative Feuer, deine Kreativität? Oder ist schon ein bisschen erloschen? Wenn das so ist, dann kannst du sicher das Feuer wieder entfachen, wenn du an meinen Kurs kommst, wo ich dir zeige, wie man einen Bildtransfer macht, wo wir eine Collage machen für unser inneres Feuer. Wir malen auf einer Leinwand mit Acrylfarbe, eben Collage-Material. Du brauchst eine Scherde, du brauchst Kleber. Du brauchst zum Beispiel Heftchen oder Servietten. Ich zeige dir alles, wie das geht. Und so werden wir ein wunderbares Bild machen, das dich immer wieder inspiriert. für neue Etaften in deiner Kreativität. Und ich freue mich, wenn du an meinen Online-Kurs kommst. Das wird ganz bestimmt spannend. Meld dich doch an. Und wir sehen uns bald. Bis dann. Tschüss. Zum Schluss. rows Suell. Untertitelung des ZDF, 2020